Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Hunter Call of the Wild, da sind wir wieder am Start und heute hier geht es wieder weiter in euren Trophäen Lodges, da stehen wir nämlich vor der nächsten. Wenn ihr auch noch eine Lodge habt, die ihr zeigen möchtet, dann joint einfach dem Discord-Link, dazu befindet sich in der Videobeschreibung. Da gibt es den Channel, der heißt COTV Trophy Lodge React und da schreibt einfach euren Steam-Benutzernamen rein, euren Steam-Freundes-Code und welche Lodge ich mir angucken soll und dann seid ihr schon demnächst. So getan hat es auch verwirrtes Huhn und da sollen wir uns die zweite Saseka Safari Lodge angucken. Da sind wir gerade vor, also hereinspaziert und in den Untersuchungsmodus und dann starten wir. Wir beginnen also mit einem europäischen Mufflon in Diamantwertung und drei Wölfen dahinter, einer mit marktlosen Fell, seltene Fellfarbe, die anderen beiden glaube ich normal wie es aussieht, jawohl Gold, aber wenigstens ein Rare-Multi-Mount. Dann auf der Seite hier auch noch ein Multi-Mount mit dem Mississippi-Elegator in Diamant und auch der Waschbär natürlich in Diamant-Wertung. Dann Kudo in Diamant, dann hier ebenfalls 261er. Da oben ein Rentier in Gold-Wertung, aber ich glaube gar nicht so weit weg von dir, oder? Ist ja sogar geschossen glaube ich nicht, aber irgendwo, die sind doch irgendwo 380er, oder? Ich glaube, die anderen werden größer. Wie heißen die nochmal hier? Die anderen, die sehen hier aussehen? Karibus, ne? Die sind ja ein bisschen größer. Elche haben wir hier, Diamant, oder sogar Guter, ne? 300,6. Dann Rocky Mountain-Wertung, auch 400er, auch kein schlechter auf jeden Fall. Die haben wir auch noch gejagt erst, aber waren die nicht auch schon? Ist der auch verballert? Ne, ich habe Dings gejagt, ne? Roosevelt-Wertung, die sind 380, der hier auch ab 460 oder so. Irgendwo auf jeden Fall ein bisschen höher, glaube ich. Damm-Hirsch aber auch, 263 und Hirsch-Ziener-Diode, 127er Gold. Dann Multimount, Albino Puma mit einem Roosevelt, da sehen wir es, 380, da wie ich gerade gesagt habe, hier 385er Diamant. Schönes Multimount auf jeden Fall. Eine Zimtente in Diamant und da oben einen Springbock in Diamant. Dann hier Dickorn-Schaf, ebenfalls 166er Diamant-Wertung. Einen Buschhase in Diamant und einen Streifen-Gnu. Ranger, 1000 Schüsse drauf. Gut, da sind nicht so viele. Noch ein 279er Diamant-Elch. Dann hier Doppel-Luchs. Einmal Silber und einmal Diamant. Hier Albino-Rehbock, auch schön. Ich bin auch klein. Dahinter ein Gabelbock in Diamant. Und da noch ein Sicker-Hirsch-Diamant und ein wässriger Maulti-Hirsch, den wir da haben. Aber es wurde 2020 geschossen. Damals war der noch nicht selten, glaube ich. Mittlerweile sind, glaube ich, rare, aber damals 2020 auf jeden Fall noch nicht. So, dann hier ein Rothirsch in Diamant-Wertung. Und ein gescheckter Weißel-Warsch, schon lange dabei. Hier auch, ich rufe hier aus 2020. Habe ich gerade gar nicht so darauf geachtet, aber hier auch bei 2021 schon ein paar Jährchen am Spielen. Feldhase in Diamant-Wertung. Dann ein Albino-Wiesend. Das sogar noch aus diesem Jahr. Da oben ein Diamant-Maulde-Hirsch. Noch ein Diamant-Damm-Hirsch. Diamant-Wildschwein. Ein Albino-Wasserbüffel. Ein goldenes Wartenschwein in rot-brauner Fellfarbe. Kein Plan, ob das selten ist, um mich zu sein. Priebison in Albino. Dann noch ein Axis-Hirsch-Diamant und ein Weißwehl-Diamant. Und da oben ein paar Vögel-Braunhybride. Kanada-Gans, nicht selten. Eine Reihe-Ente in Gold. Eine Kragen-Ente. Und noch eine Kanada-Gans. Auf der Seite ebenfalls Gold-Wertung. Gehen wir uns den Lodge-Bereich hier mal angucken. Den Bar-Bereich, besser gesagt. Einmal eine Schwarzbrust-Wachtel in Gold. Hier unten da drüber. Einen Streifen nur in Diamant. Hier noch eine Stock-Ente in Diamant. Und hier an der Wand haben wir eine honigfarbene Gams. Ein Rotfuchs in Gold. Ein Trutan in Diamant tatsächlich. Noch eine gescheckte Ente. Der Trutan hier auch Diamant. Eifel-Schakal in Gold. Und hier noch eine Gams in Gold. Und hier zwei Enten in... Ne, gar nicht wahr. Das sind Birkuhn. Keine Ente nur, weil es wedern hat. Birkuhn und eine Ente. Beide ebenfalls Gold-Wertung. Hier dann Alt-Besteh-Hohen-Ausdruck-Fell-Farbe. Auch Gold-Wertung. Und hier eine Kanada-Gans in Diamant. Dann kommen wir um die Ecke und sehen direkt mal einen Albino-Kojoten. Das ist natürlich auch eine schöne Trophäe, den wir da haben. Hier noch einen Axis-Hirsch-Diamant. Hier noch einen Samba-Hirsch-Diamant. Also Australien hier auch vertreten. Oh, ein guter Alter. Was? Ach so, ist noch ein Alter. Ich wollte gerade sagen, 279 ist heute gar nicht mehr möglich, um hell zu sein. Ich glaube heute 275, lass mich nicht lügen, irgendwas. 300,5 oder so ist, glaube ich, heute Maximum hier noch der, aus 2020 noch ein Alter, deshalb 279. War damals, glaube ich, möglich, heute nicht mehr. Schwarzwedel hier, 183 Diamant. Hier noch ein 340er-Multi-Hirsch-Alter. Der ist natürlich auch eine richtige Maschine. Schon auch ein sehr, sehr guter. Dann haben wir hier den gescheckten Kojoten. Einmal hier Albino und gescheckt, Alter. Schöne, schöne Kollektion. Ähm, Axis-Hirsch in Diamant. Da oben ein Kudu in Gold. Ein Grauwolf in Gold. Barzenschwein. Diesmal Diamantwertung auch. Albino, dann Hirsch. Dann Albino, äh, der Diamant-Wildschwein. Ein Diamant-Wolf. Und ein Diamant-Rehbock. Eine Ente in Diamant haben wir noch hier. Und ein Albino-Feldhasen auch. Auch schönes Tierchen. Was haben wir hier für Waffen? M1, 600 Schüsse drauf. Solo-Kin 800. Eckers, 1300 Eckers. Auch gute Waffe einfach, ne? Ähm, Shell-Ente haben wir hier. In Goldwertung. Dann hier in der Mitte steht tatsächlich gar nichts. Das ist auch ungewöhnlich. Die meisten Lotto-Sami auf jeden Fall stehen hier mal nicht. Aber dafür hier Kaffernbüffel, Diamant. Mit einem Löwen. Und ein Diamant-Löwe ist dabei. Der hier im Multimount ist. Zwei weibliche natürlich dann Silber. Gehen wir mal auf die Seite hier gucken. Einmal noch ein Ruth-Rald-Warpäschig. Ebenfalls Diamant. Dann hier noch ein Rothirsch-Diamant. Hier ein Rocky Mountain. 270. Der ist schon close auf jeden Fall. Dann haben wir hier Rentier. 373er. Sicker-Hirsch-Gold. Schwarzbär-Diamant. 23er. Dann haben wir hier ein Axis-Hirsch-Diamant. Und zwei Spießböcke-Diamant. Ein Dickhornscharf-Diamantwertung. Und hier wieder eine Entensammlung. Eine Shell-Ente ohne Albino-Kragen-Ente. Die ist natürlich nice. Das nehmen die melanistische Stock-Ente. Und hier noch eine Krieg-Ente in Gold. Hier haben wir noch ein Karibu. 344er. Und hier noch eine kleine Schwarzwus-Wachtel. In Dias sogar. Diamantwertung also auch bei der Wachtel gefunden. Dann gehen wir hier rein. Und hier ein schöner Albino. Auch Rocky Mountain. War pitty. Richtig nice. Dann haben wir einen Razorback-Diamant. Noch ein Diamant-Mauli. Ein Diamant-Gnu. Ein Diamant-Weißwedel. Diamant-Puma. Russel-Vapiti in Gold wieder. Ein Rentier in Gold-Wertung. Dickonscharf-Albino. Und hier ein geschecktes Wisent daneben. Oh, hier auch schöne Trophäe. Sogar Diamant-Wertung. 200er-Wertung. Aber auch vor allem die Hörner hier. So richtig wild. Mufflon-Diamant haben wir hier. Und noch ein Damm-Hirsch-Diamant daneben. Hier ein kleiner Schneehase. Und dann einen Alpen-Schnee-Huhn. Und hier noch ein Auerhahn, der auch. Diamant-4,8er-Wertung. Warte, haben wir hier. Hier haben wir ein Multimon und ein Great-One tatsächlich. Great-One sagen, umwoben... Oh, guck mal, haben wir uns auch geändert, oder? Jetzt wird das sagen, umwoben abgekürzt, damit man die Farbe komplett sieht, right? Ah, interesting. Interesting, interesting. Wollt man nämlich die Farbe nie so komplett gesehen. Aber jetzt hier auch abgekürzt in der Übersicht. Und ja, hier auf jeden Fall Great-One. Sogar Neujahr geschossen. 1.1. um 14 Uhr. Wo andere noch im Suff lagen. Hier ist schon der Great-One geschossen. Dazu einen Damm-Hirsch-Diamant. Und einen kleinen Einser oder so. Ist das ein Einser? Maybe sogar, oder? 63. Weiß nicht. So ein Spießer hier. Weiß nicht, ob das sogar ein Einser sein könnte. Dann einen Kudu in Diamant. Ein Garlbock-Diamant. Und einen Rusa in Gold. Hier unten einen Antilopenhasen und ein melanistisches Wildkaninchen. Dann haben wir... Alter, auf dem Tisch hier genau was stehen. Eine Albino-Schwarzbrust-Wachtel. Junge, das ist auch wild, oder? Das haben wir noch nie gesehen, glaube ich. Albino-Schwarzbrust-Wachtel ist krass. Okay, nice. Äh, Salzbrust-Krokodil. Diamant hier. Razorback-Diamant. Truthahn-Diamant. Und einen Schwarzwedel-Diamant haben wir da noch. Dann hier einen Streifen-Glue-Diamant. Und noch ein Springbock, ein Gescheckter-Dammhirsch. Diamant-Dammhirsch. Noch ein Gescheckter-Dammhirsch. Äh, Diamant-Elch. Eine melanistische Gams auch. Noch ein Rare. Und hier noch eine Diamant-Wildziegel. Hier Albino-Grizzly. Ist nicht Missionsbär tatsächlich. Ist nämlich Grizzlybär und Albino. Also ein Rare, der keine Missionsbär ist. Ballfuß-Gans haben wir noch hier. Ähm, in Gold. Ich glaube sogar ist Orange da. Ne, ist keine seltene Farbe bei denen, oder? Ich glaube, die haben sogar irgendeine komische Farbe. Können sogar Orange sein, aber bin mir nicht sicher. Ähm. Aber hier Banteng auf jeden Fall in Diamant. Wir gehen einmal rüber auf die andere Seite. Und checken die aus. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Rindviecher, sage ich. Äh, Streifen-Glue nehme ich hier Diamant-Wertung. Dann ein Banteng nochmal Diamant. Ein Visen in Gold. Ein Kaffer-Würfel-Diamant-Wertung. Ribison-Diamant. Und der Wasser-Würfel hier ebenfalls Diamant. Zimt-Ente-Diamant haben wir hier. Und hier noch ein Antilopen-Hasen in Bronze. Dann haben wir einen Salzwasser nochmal. Hat eine andere Seite schon. Auch hier Diamant. Melanistische Achse hier. Auch ein schöner Trophäe auf jeden Fall. Und ach, da war gar nicht so schlecht. Geister-Braunbär. Äh, Bergziegel in Diamant. Ein Albino-Axis. Dann haben wir noch ein Albino-Streifen-Glue. Ein weißes Moorschnee-Huhen. Ein Albino-Gabelbock. Ein Dickhornscharf-Diamant. Eine Diamant-Stockente. Ein gescheckter Rothirsch. Schwarzen-Schwein ebenfalls Diamant. Und der südöstliche, einer der Steinburg-Arten. Also schon der zweite jetzt hier. Neben dem Beseite. Äh, Ringfasan haben wir hier in Gold. Hier noch ein Glorida-Walkernichchen, ebenfalls Gold. Und ein Reierente-Diamant. Dann hier Multimount. Oh, das wird er makelloser, glaube ich. Präbison, aber erstmal hier in Diamant-Wertung. Ah, Rot-Braun ist es beim Grau-Wolf. Ist ja sogar selten Rot-Braun. Kann sogar sein Eiweiß auf jeden Fall. Der könnte sogar sein Rot-Braun auch selten ist. Ähm, vielleicht sogar zwei Rares hier. Ansonsten haben wir hier in der Ecke noch zwei Teechen stehen. Nämlich einmal ein Feldhasen in Diamant auch. Und hier Multimount-Diamant-Auerhuhn und zwei weibliche Auerhühner natürlich dabei. So, dann ab in den hinteren Part. Gucken, was uns da noch erwartet. Wir checken das mal. Einmal ein gescheckter kleiner Elch. Dann ein Albino-Wasserbüffel da oben. Hier eine Kopfloizistische Kanada-Gans. Die ist natürlich auch nice. Albino-Fasan leider weiblich. Aber trotzdem auch Albino ganz geil. Melanistische ist er eh. Wenn dann die Go-To-Trophäe bei denen in männlich. Melanistische haben wir hier bei Mufflon. Und Grau ebenfalls. Beide seltene Fellfarben. Da oben ein Dia. Und hier unten Albino. Dann ein gescheckter Rocky Mountain-Wapiti. Und daneben ebenfalls ein Roosevelt in gescheckt. Melanistische Stock-Ente haben wir da. Und hier haben wir auch zwei gescheckte Enten hier unten. Dann Diamant Puma. Diamant Auerhahn. Und noch ein Diamant Puma. Ein Seilfasserkokodil nochmal in Diamant. Ente Diamant. U-Tahn Diamant. Und Melanistische Axis hier. Axis hier ist auch viele hier geschossen tatsächlich. Und da unten noch eine Melanistische Ente, wie es aussieht. Ja, eine Melanistische Stock-Ente. Gehen wir einmal rüber in den Raum hier. Hier haben wir eine Melanistische Hirschstinger. Die Lupe in Weiblich. Dann da unten Albino Axis. Albino Dammhirsch. Gescheckter Multi-Hirsch. Ein Elch gescheckt. Äh, Rocky Mountain-Wapiti gescheckt. Hier die ganzen Weiblichen wahrscheinlich, oder? Melanistischer Dammhirsch. Albino Moschus-Tier. Albino Reh. Und Melanistische Axis-Tier. Also hier die ganzen weiblichen Rares. Dann hier noch ein geschecktes Moschus-Tier in Männlich. Ähm, hier. Äh, warum der hier hängt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil der wahrscheinlich so klein ist, oder? So ein Babyhörner hat. Naja, I guess. Weil da oben ist auch so ein leuzistischer Kai. Und so, na gut. Der ist ein bisschen leuzistisch mit so einem komischen Geweih. Aber hier, er hier. Halt auch so ein komisches Babygeweih. Deshalb sind die hier wahrscheinlich. Gescheckte Ente haben wir da noch. Genau wie da. Und da noch eine gescheckte Zimt-Ente. Auf der Seite noch ein kleiner Hirschstinger. Ja, jetzt auch die kleinen, ne? Dann hier kleiner Gami. Hier so ein ganz wilder Rehbock. Der sieht aus wie der Teufel persönlich, ey. Dann Baby-Elch. Baby-Rothirsch. Baby-Schwarzwedel. Äh, Baby-Kudu. Und Baby-Axis. Hier noch eine leuzistische Gams. Eine melanistische Gams. Und eine gescheckte Spaltfuß-Gams. Äh, ne, Gans. Nicht Gams. Vielleicht können Gämser auch fliegen. Dann wären die zu Gänsen. So sind die bestimmt entstanden. So, wir gucken in den hinteren Part. Nämlich, ähm, beginnt mit der Hischigen-Antilope hier in Diamant und einem Albino-Axis-Hirsch. Dann melanistischer Grauwolf. Auch stark. Hier Doppel-Albino. Einmal männlich, einmal weiblich. Kudu. Äh, Diamant-Springbock. Sicker-Hirsch. Diamant-Wertung. Razorback-Diamant. Zimt-Ente-Dia. Grauwolf in Gold. Ein Moschestier in Diamant. Kragen-Ente-Diamant. Und Razorback ebenfalls nochmal Gold-Wertung. Da oben Gescheckter, Gescheckter und Gescheckter. Drei Gescheckte in der Sammlung. Weißwedel, Rothirsch und Maulti-Hirsch. Hier aber wieder einen Diamond. 267er mit einem gescheckten Weibchen. Dann haben wir hier einen Pekari. Auch in Diamant. Genauso wie der Luchs hier. Jawohl. Und hier Grand Slam. Zwei haben wir ja schon gesehen. Jetzt hier auch noch die anderen. Und All Diamond. So soll es sein. Dann hier. Das ist glaube ich das Krokodil, was wir die Woche auch geschossen haben, oder? Dieses Schlangen-Krokodil. Ja, ja, ja. Alligator mache ich natürlich. Aber das ist glaube ich genau das, was wir geschossen haben. Schöne Schreckung auf jeden Fall. Richtig cool. Sieht richtig nice aus. Wie so eine Boa. Dann. Warte mal, habe ich mich gerade gespoilert? Also ich habe das Video gestern aufgenommen. Aber ich glaube, das Video kommt erst nächste Woche. Maybe habe ich mich gerade gespoilert, Alter. Ich bin gerade immer noch in der... Also wenn ihr das Video gerade seht, bin ich immer noch in Spanien. Deshalb produziere ich gerade alle Videos vorher für die nächsten Tage. Und ja. Nächste Woche kommt ein Video im Laufe der Woche. Da haben wir vielleicht den hier geschossen. So. Ähm. Rentier. Gold haben wir hier. Dann einen Gold-Elch und einen Diamant-Karibu. Der Elch ist sogar hier. Aber auch in Albino. Dann haben wir hier noch einen Albino-Känguru. Auch mit einem Diamant-Känguru. Einen melanistischen Puma. Mit einem Diamant-Schwarzwedel. Zu guter Letzt. Ja. Ey. Geile Dots. Schöne Trophäen. Auch schon lange dabei. Anscheinend seit 2020 waren, glaube ich, die älteste, wo ich nicht so gesehen habe. Und da auf jeden Fall schon einiges erwischt. Wir gehen in die nächste Lodge. Und das ist die Lodge von 621 Osika. Also rein marschiert. Das war Sika Safari 1 auch hier. Wir starten mit einem Albino-Dammhirsch. Der hier auf der Seite steht. Und auf der Seite. Melanistisches Multimount. Rothirsch. Männlich. Weiblich. Beide melanistisch. Dann da oben. Ein geschicktes Reh. Inweiblich. Einen Diamant-Ruthan. Da oben. 220. Der Dia-Weißwedel. Diamant-Elch. Ein Diamant-Wiesent. Und ein schwarz-golines Wildschwein. Seltene Fellfarbe bei denen. Und hier weiter geht es mit einem Mokka-Elch. Missionstier Neuseeland. Dann eine Tundra-Saatgans in Diamant. Die fehlt mir auch noch. Wir haben hier einen kleinen Schneehuhn in Goldwertung. Goldwertung. Einen Rothirsch-Diamant 266. Hier Diamant-Wildschwein. Und einen Albino-Moschustier. Dann ein Alpenschneehuhn. Hier auch nochmal auf der Seite. Albino-Braunbär. Ist übrigens nicht der Missionsbär, weil nicht Diamant. Rothirsch-Albino haben wir da. Weiblich. Gescheckter. Männlicher. Daneben. Und einen Roosevelt-Werpeti in Diamant. Hier noch ein gescheckter männlicher Rothirsch. Und da noch ein Baby-Elch. 62,5. Dann haben wir hier in der Ecke auch noch ein paar Tiere. Nämlich einen Diamant-Auerhuhn. Oh, ein melanistischer Fasan, Alter, Junge. Der ist natürlich richtig schön. Den haben wir auch mal irgendwann geschossen. Richtig guter Trophäe. Einer der schönsten Trophäen, die es gibt im Spiel. Da oben noch eine Diamant-Kanada-Gans. Und hier ein Albino-Rehase. Hier eine Diamant-Kragenente. Und hier noch ein Diamant-Auerhuhn. Dann haben wir einen dicken Bock auch hier. 200, äh, 200 sag ich schon. 82,5. Aber schon langes Geweih auf jeden Fall, oder? Langes Gehirn. Also richtig krasses Gehirn. So lang und dünn irgendwie. Crazy. Dann Luchs in Diamant-Wertung. Hier hängt nix. Dafür hier aber noch ein Buschhase in Diamant-Wertung. Und da oben ein Streifen-Schakal. Ebenfalls Diamant-Wertung. Hier, ähm, ein Dammhirsch in Dia, 256. Hier ein Rothirsch in Dia. Und hier Multimount. 266, 269 und 269. Drei Weißwedel im Mount. Auch drei schöne. Hier geht es weiter mit Mount. Ne, gar nicht mal mit Mount, aber mit Weißwedel. 269, nämlich hier. Und hier ein paar gescheckte Elche. Zwei männliche, ein weiblicher. Gefolgt von einem Diamant-Wolf und noch einem Diamant-Wolf. Auf der Seite wieder ein Weißwedel. Diamant, ein geschecktes Reh und ein gescheckter Axishirsch. Sonst auf der Seite nix. Können wir also in den Raum hier rein. Und sehen einen Puma in Diamant-Wertung. An der Wand auch ein Ronder. Noch ein Ronder und noch ein Ronder. Drei Diamant-Ronder. Und beide, ja, das sieht aber not clean aus. Multiplayer-Lobby vielleicht. Also die drei schießt man niemals im Singleplayer. Innerhalb von drei Minuten. Also das sieht nach einer Multiplayer-Lobby aus. Weil die anderen Tiere sind jetzt nicht so wild aus dem Aids zu sein. Aber die drei sind strange. Baby-Rothirsch. Gescheckter Rothirsch. Dann noch ein Gold-Rodi. Ein Albino-Rothirsch. Eiweiß, Graubolf haben wir hier. Seltener Fellfahrer natürlich hier. Das ist der Missionsbär, ne? Braunbär, Albino, Diamant. Und hier Rothirsch, Albino. Und da ein Rothirsch in Dia. So, dann haben wir hier mal sonst nix. Gehen wir also in den Nebenraum. Banteng-Diamantwertung. Eine Känguru-Diamantwertung. Und noch ein Rusa, ebenfalls Diamant. Hier ein paar Salzis. Die gönnen wir mal gerne. Ja, das sieht gut aus hier. Alle vier Diamantwertungen. Und hier eine Rare sogar. Eine hellbraune ist nämlich. Auch das Salz, was gut hier also vorhanden. Andere Seite. Flitzen wir einmal schnell durch die Lodge hier durch. Einmal rüber. Und gucken, was uns da erwartet. Hier ein dunkler Spießbock. Seltene Farbe bei denen. Dann ein Diamant Rothirsch. Ein Weißwedel-Diamant. Noch ein schwarz-goldenes Wildschwein. Und ein Diamant Gnu. Hier noch ein Baby-Rodi. Und hier haben wir auch noch ein Diamant Rothirsch. Einen Diamant Schwarzbär. Diamant Rothirsch. Baby-Rothirsch. Einen Diamant Coyote. Einen gescheckten Rodi. Und einen Streifen-Glugen-Diamant. Da vorne Kanada Gans. In Diamantwertung. Und hier einen Truthahn-Multimount. Einer melanistisch. Einer normal. Silber. Gutes weiblich. Und einer Diamant. Ja, schönes Multimount auch. Diamant Kaffermüffel haben wir hier noch. Und in der Ecke dahin sitzt wahrscheinlich noch ein Diamant Schwarzbär. So sieht's aus. Also auch der hier vertreten. Gucken wir mal, was uns im hinteren Part der Lodge noch erwartet. Hier an der Wand erstmal nur einen Albino-Braunbär. Oh, auch zweimal der Missionsbär, oder? Einmal nochmal Missionsbär. Gibt's eigentlich den Bug noch, dass man die Mission beliebig oft spielen kann? Ich weiß nicht, da gab's mal eine ganze Zeit lang einen Bug, dass man diesen Bär hier 8000 Mal schießen kann, oder? Ich weiß nicht, ob der mittlerweile gefixt ist oder nicht. Dafür man hier schließt sich auch gar nicht als ab die Mission irgendwie. Ist das ganz wild mit der Mission, ne? Ähm, Elch, Diamant und Rothirsch. Diamantwertung haben wir da. Dann da oben noch einen Diamant-Dummy und einen gescheckten Dummy und einen Gold-Dumm-Hirsch. Wir haben auf der Seite hier, rup, rup, Tür, geh auf. Ähm, ja, verballerte Elche. Okay, hier Raum der Schande. Zwei Elchgeweihe, die verballert wurden. Und hinten im Raum haben wir auch noch ein paar Tierchen. Jawohl, ein Albino-Wildschwein haben wir hier. Dann einen Diamant-Schwarzwedel-Hirsch. Noch einen Diamant-Rothirsch da oben, ansonsten die Wand leer. Aber hier noch einen rosa Razorback. Natürlich auch seltene Farbe bei denen. Ein melanistischer Weißwedel. Irgendwas war auch hier hinter mir. Leuzistischer Trutern. Das ist natürlich auch schön. Schöne Trophäe auf jeden Fall. Dann hier Missionswölfe, I guess. Ja, gespenstisch. Ähm, Mufflon-India und Schatten und Ogrewolf. Alle kompletiert. Hier nochmal Ronda. Der war auch am anderen Tag geschossen als die anderen drei da, oder? Also die anderen drei da, die sind, die sind strange wahrscheinlich. Multiplayer-Lobby oder so, aber hier wahrscheinlich nicht. Ähm, 275er Elch mit einer kleinen Diamant-Virginia-Wachtel. Also auch hier ein schönes Mount bei denen. Rothirsch, Diamant haben wir da. Und hier noch einen melanistischen Rothirsch. Und zu guter Letzt heute ein Löwen in Diamant-Wertung. Und damit sind wir durch. Ja, ey, auch. Oh, coole Lodge auf jeden Fall. Ein paar schöne Trophäen haben wir hier gesehen. Und damit können wir die heutige Folge auf jeden Fall beenden. Ich will damit hier viel zusehen, wenn es dir gefallen hat. Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Und auf Wiedersehen.